Wer heute noch fernbeschaut, ist ein Clown. Und ich baue nichts nach Baden-Wagen. Können wir die nicht einfach überfahren? Nee, kann ich leider so nicht akzeptieren. Ich fand das leider interessant, muss ich sagen. Leider. Leider gibt es hier immer noch Regeln. Sie können die erst überfahren, wenn die Ampel grün ist. Vorher nicht.